Hallo und herzlich willkommen meine lieben Affen. Bevor ich zu dem heutigen AMC Update komme, möchte ich kurz vielen vielen Dank an die gestrigen Zuschauer meines Livestreams sagen. Es waren in der Spitze 465 Zuschauer gleichzeitig online und über 2200 Zuschauer über die knappe Stunde. Also vielen vielen Dank und ich habe sehr positives Feedback bekommen darüber und klar, es klang vielleicht ab und zu mal, dass weniger vorbereitet ist oder oder oder, aber nehmt es mir nicht übel. Es war mein allererster Livestream und dann in meinen Augen vor so vielen Zuschauern, über 450 Zuschauer, muss man erstmal lernen. Aber, und da komme ich jetzt einmal drauf, ist, ich möchte jeden Sonntag nun einen Livestream machen. Ähm, jetzt nicht immer so eine Twitter-Aktion oder oder oder, sondern einfach einen Livestream, wie ich darüber berichte, was ich glaube, wie es die Woche drauf weitergehen wird. Also so eine Art Prognose. Ähm, klar, ich bin kein Anlage- und Finanzberater und ihr wisst es, ich habe auch keine Glaskugel vor mir stehen. Aber ich denke mal, so einen Livestream auch gleichzeitig mit Fragen beantworten, wo wirklich Live-Fragen gestellt werden können, finde ich, ist persönlich, ähm, ja, eine coole Sache und das ab diesem Sonntag möchte ich das mal ausprobieren, wie das bei euch ankommt. Und, und, ja. Aber kommen wir zu dem heutigen Video über AMC Entertainment. Ich denke mal, ähm, jeder hat es mitbekommen. Ich habe es auch unter den Videokommentaren in meiner Telegram-Gruppe auf Facebook-Seiten gesehen. Und wir sehen die positive Stimmung heute. Warum? Weil heute ein Plus von 17,44% aktuell. Jetzt wundert euch nicht, dass hier ein Plus in Dollar von 4,42% steht. Das ist einfach aus dem Grund, weil gestern, ja, ist der Kurs ja massiv gestiegen und da waren die Börsen in Deutschland der größte Börsenteil, sage ich mal, geschlossene. Und, wenn man das heute mit dazu rechnet, kommen wir eben auf ein Plus von aktuell 17,44% und das macht ein Plus von 1,75 Euro. Und das ist wirklich sehr, sehr stark. Also, ähm, viele freuen sich ja, denken schon wieder an ihren Lamborghini, an ihr Häuschen, an ihre Eigentumswohnung und, und, und. Also, ähm, die Motivation ist wieder da. Die positive Stimmung verbreitet sich wieder unter allen. Und es gab einige Kommentare, die geschrieben haben, ist das jetzt dieser Fake-Squeeze, den du angesprochen hattest? Nein, ist es nicht. Also, wenn es zu einem Fake-Squeeze kommt, dann steigt der Kurs mal massiv auf 50, 60% und nicht nur. Und man darf jetzt eigentlich heute nicht diesen Wert hernehmen, sondern in Dollar fast 5%. Also, das ist ja eigentlich der Kurs, der heute rein theoretisch gestiegen ist. Und, äh, bei Stonk und Tracker aktuell 14,4, äh, 3,4 Dollar und in Euro 11,71. Ähm, und das ist natürlich schon sehr, sehr gut. Und ihr seht es hier, was ist hier los gewesen heute Morgen. Also, nicht wirklich viel. Sie haben sehr viel verschossen an verfügbaren Optionen. Und, dann gab es gleich wieder die Gerüchte, haben sie überhaupt noch welche aus dem Darkpool oder wo sich die auch immer diese, ähm, verfügbaren Optionen zum Shorten herholen. Gibt es das überhaupt noch? Ja, es gibt es noch. Ähm, ich glaube persönlich, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ähm, ich kann natürlich falsch liegen. Aber, ich glaube einfach, die Hedgefonds lassen den Kurs jetzt wieder einfach steigen. Sagen wir mal, morgen nochmal auf 4, 5, 6, 7 Prozent plus. Und, dann wird es einfach, ähm, ja, Gewinnmitnahmen gehen. Sie werden die, die Option, oder die Aktien verkaufen, Gewinne mitnehmen und der Kurs wird wieder, ja, einigermaßen einbrechen. Ähm, und das, denke ich mal, wird morgen passieren. Und, heute muss man wirklich sagen, der Kurs hat öfter mal die 14,50 Euro geknackt, über eine Stunde hinweg. Aber, konnte diese nicht dauerhaft durchbrechen. Das ist so, meines Erachtens, äh, eine Linie, die sollte auf jeden Fall morgen durchbrochen werden. Ich denke mal, das schaffen wir auch. Die Hedgefonds lassen es bestimmt zu, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, um einfach, wie ich gerade erwähnt habe, den, die Leute, ja, äh, äh, dazu zu sorgen, dass diese dann auch Gewinnmitnahmen durchführen und dass der Kurs dann wieder fällt. Ich persönlich werde halten, die meisten von euch werden auch wahrscheinlich halten. Und, es gab wieder sehr interessante Nachrichten. Da komme ich gleich noch drauf, bei AMC Stock, bei Twitter, äh, bei Reddit. Hier fragen ja immer viele, ähm, warum ist der, der eine Dollarpreis so entscheidend? Es gibt eben, ähm, jeden Freitag, äh, äh, bei einem bestimmten Betrag, hier wären es jetzt 14 Dollar, müssen diese Anzahl von Optionen, muss man aber mal 100 nehmen, zurückgekauft werden. Deswegen hoffen jetzt natürlich viele auf die 15 Dollar. Und ich glaube, das wird wirklich ein starker Kampf. Also die 14,50 Dollar werden schon ein heftiger Preiskampf werden. Aber die 15 Dollar umso mehr. Und ich glaube wirklich, wir können es schaffen. Wir können das erreichen. Und alleine aus der Motivation, die gerade durch die positive Stimmung, ich sehe es ja heute Morgen, als die Börse geöffnet ist, was für ein grandioser Start in die Woche, ähm, auch wenn es nur eine kurze Woche ist. Aber es hat einfach wieder zugebracht, die Leute reden wieder besser, die, 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 die Allgemeinstimmung ist besser. Und deswegen kann ich immer wieder nur darauf appellieren, an euch alle, an jeden Einzelnen von euch. Nur weil der Kurs mal 10% abfällt, heißt es nicht, dass alles blöd ist, sondern man sieht halt hier eben, wie schön dieser wieder steigen kann. Und wenn ich hier einmal auf die Woche zurückgehe, dann kann man eigentlich sehen, das, was ich gerade gemeint habe, der Kurs ist hier ja gerade im Verhältnis hier vorne zu letzter Woche. Und ich glaube, wir werden jetzt hier einen Kursabfall sehen, beziehungsweise morgen wahrscheinlich noch eine Kurssteigerung. Und dann wird es zum Ende der Woche wieder einen leichten Abfall geben. Und dann bin ich natürlich auf die Amerikaner, die ja wirklich den Preis hauptsächlich beeinflussen. Was werden sie Freitag schaffen? Aber ich muss mal sagen, wenn der Dollar oder wenn aktuell bei 14,35 und wir versuchen, die 15 Dollar zu erreichen, wird es viel bei den Amerikanern sein, dass sie sagen, wir wollen das auf jeden Fall erreichen. Und man muss dazu sagen, das ist natürlich diese Woche ein großer Vorteil. Die meisten von euch werden hier wahrscheinlich diese Woche ihren Lohn bekommen, beziehungsweise Anfang nächster Woche. Das ist natürlich auch wieder so ein Thema, denn einige von euch haben ja bereits geschrieben, sobald der Lohn da ist, werden sie wieder einen Teil investieren. Ich weiß es persönlich noch nicht. Da bin ich ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, ob ich nachkaufe. Nicht, weil ich nicht davon überzeugt bin, sondern weil ich eigentlich, ja, und das geht wahrscheinlich vielen von euch genauso. Ich hatte eigentlich mal ursprünglich, wenn man mal ein paar Wochen zurückdenkt, 400 Euro angedacht. Jetzt bin ich schon, ich weiß es gar nicht, 1600 Aktien habe ich mittlerweile, 1500. Und ja, da könnt ihr vorstellen, was ich hier noch danach reingesteckt habe. Und ja, für mich reicht das eigentlich, egal zu welchem Kurs. Ich muss jetzt hier nicht 5000 Aktien besitzen. Und natürlich, ich habe jetzt so viel Geld hier rein investiert, auch in andere Aktien. Ihr wisst, Xiaomi, da werde ich aber auf gar keinen Fall nicht eine Aktie verkaufen. Da will ich genauso wie hier einfach drin bleiben. Und ich kann euch immer wieder nur AMC Stock bei Reddit empfehlen. Sehr interessante Nachrichten wieder bei Trace Trades. Den könnt ihr auch gerne bei YouTube ansehen. Und natürlich lustige Bilder, keine Frage. Aber hier sieht man, wie viele über die 14,50 Dollar sprechen. Es ist wirklich ein Kampf um diesen Betrag. Jetzt gerade eben etwas, ja, ist gerade auf dem, ich sage jetzt nicht Abwärtstrend, aber ich glaube, die 14,50 Euro heute noch zu erreichen, wird eine Hausnummer sein. Aber es ist nichts unmöglich, das muss man wirklich so sagen. Es gab immer wieder Tage, dass kurz vorm Schluss, man sieht es jetzt, 14,46 Euro. Also es wird gekämpft. Und da bin ich wirklich gespannt, wie wird es weitergehen. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und es würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt, ob ihr Interesse daran habt, jeden Sonntag einen Livestream zu machen, wie lange der jetzt geht. Ich sage mal, von 19 bis 20 Uhr ist, glaube ich, eine ganz coole Uhrzeit. Ob es jetzt mal eine halbe Stunde weniger ist oder 10 Minuten weniger oder mehr, es ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber ich denke mal, viele von euch möchten natürlich sonntags ab 20 Uhr dann auch eher gemütlich auf dem Sofa liegen. Also gebt mir gerne Feedback. Lasst auch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen und wir sehen uns morgen wieder.